Hückelhofen, seit ihrer Rückkehr nach Deutschland bombardiert Serafina Wollny, 28, ihre Fans nahezu pausenlos mit Werbung. Jetzt gewährte die 28-Jährige zur Abwechslung auch mal wieder einen Blick auf ihre Babytochter. Viele Jahre hatten der TV-Star, die Wollnys, und ihr Ehemann Peter, 30, vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Eine künstliche Befruchtung schenkte dem Paar schließlich die Zwillinge Kassai und Emory, beide zwei. Dann schlug das Schicksal zu. Trotz einer Mini-Chance von nur einem Prozent wurde Serafina auf ganz natürlichem Weg schwanger. Ende Juli war es dann endlich soweit und die kleine Hobangel Sylvia erblickte das Licht der Welt. In ihrer Instagram-Story teilte die Tochter von Sylvia Wollny, 58, jetzt nach langer Zeit mal wieder ein paar intime Aufnahmen des Babys mit ihrer neugierigen Community. Und eine Sache wird dabei sofort deutlich. Serafina platzt förmlich vor Stolz. Die ältere Schwester von Loredana Wollny, 19, zeigte unter anderem ein gemeinsames Kuschelfoto, auf dem sich die neue Erdenbürgerin ganz nah an ihre Mama anschmiegt und sich dabei sichtlich wohlfühlt. In einer weiteren Sequenz lümmelte die kleine Hob nebst XXL Teddy und mit einem Schnuffeltuch in der Hand zufrieden auf dem Sofa. Serafina Wollny ist mächtig stolz auf ihre eigene kleine Großfamilie. TV-Star klärt auf, wie es mit der weiteren Familienplanung aussieht. Später am Tag meldete sich Serafina dann noch einmal während eines Spaziergangs mit Peter und allen drei Kindern bei ihren rund 610.000 Followern. Wir haben uns jetzt einfach die Kids geschnappt, erklärte die 28-jährige freudestrahlend. Während Kasai und Emory die Landstraße mit ihren Rutschautos unsicher machten, genoss es ihre kleine Schwester, von Mama Serafina im Kinderwagen hinterhergeschoben zu werden. Eben ist sie noch ganz schnell eingeschlafen und jetzt guckt sie die ganze Zeit hin und her, juchzte die TV-Bekanntheit. Die dunklen Kulleraugen der kleinen Maus sind aber auch wirklich zuckersüß. Dass Serafina ihre Kinder über alles liebt, wird auf ihrem Kanal mehr als deutlich. Doch kann sie sich noch weitere Sprösslinge vorstellen? Auf die Frage eines Users, ob die TV-Bekanntheit noch mehr Kinder möchte, gab sie kürzlich eine klare Antwort. Wir sind vollständig, haben zwei Prinzen und eine Prinzessin, stellte die Wollny-Tochter klar. Doch bei der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands scheint nichts unmöglich zu sein.